US-Flugzeugträger im chinesischen Meer Biden schickt die USS Theodore Roosevelt nach China. Eine US-Flugzeugträgergruppe, die von der USS Theodore Roosevelt geführt wird, ist in das südchinesische Meer eingedrungen, um die Freiheit der Meere zu fördern, sagte das US-Militär am Sonntag zu einer Zeit, in der die Spannungen zwischen China und Taiwan in Washington Besorgnis ausgelöst haben. US-Indo-Pacific Command sagte in einer Erklärung, dass die Kriegsschiffsflotte am Samstag in das südchinesische Meer eingedrungen ist, am selben Tag, an dem Taiwan eine große militärische Übung von chinesischen Bombern und Kampfjets in seine Luftverteidigungs-Identifikationszone in der Nähe der Pratas-Inseln gemeldet hat. Das US-Militär sagte, die Flugzeugträger-Kampfgruppe sei im südchinesischen Meer, um routine Operationen durchzuführen, damit die Freiheit der Meere gewährleistet wäre, um Partnerschaften aufzubauen, die die maritime Sicherheit fördern. Der Kommandant des Angriffsgeschwaders, Vize-Admiral Doc Varys, wurde zitiert, als er sagte, nachdem ich in meiner 30-jährigen Karriere durch diese Gewässer gesegelt bin, ist es großartig, wieder im südchinesischen Meer zu sein, routine Operationen durchzuführen, die Freiheit der Meere zu fördern und Verbündete und Partner zu beruhigen. Da zwei Drittel des Welthandels durch diese sehr wichtige Region fließen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Präsenz aufrecht erhalten und weiterhin die auf Regeln basierende Ordnung fördern, die es uns allen ermöglicht hat, zu gedeihen, sagte Verissimo in der Erklärung. Die Ankündigung kommt nur wenige Tage, nachdem Joe Biden als US-Präsident vereidigt wurde. Bidens Kandidat für das Amt des Außenministers, Antony Blinken, sagte bei seiner Anhörung im Senat letzte Woche, dass es keinen Zweifel daran gäbe, dass China die größte Herausforderung für die Vereinigten Staaten darstelle, die es je gegeben habe. China hat sich wiederholt über Schiffe der US-Marine beschwert, die sich den von China besetzten Inseln im südchinesischen Meer nähern, wo Vietnam, Malaysia, die Philippinen, Brunei und Taiwan konkurrierende Ansprüche erheben. Die Theodore Roosevelt wird von der Ticonderoga-Klasse Lenkwaffenkreuzer USS Bunker Hill begleitet und die Arleigh Burke-Klasse Lenkwaffenzerstörer USS Russell und USS John Finn. So, meine Lieben, ich wollte mich einfach nur wieder mal melden mit dieser wirklich wichtigen Nachricht, die sehr brisant ist. Bitte bleibt uns treu, gebt uns viele Links bzw. viele Likes und empfiehlt uns weiter. Alles Liebe, euer Adi.